Bei mir vor dem Bürofenster war es jetzt mal für einige Augenblicke ziemlich ruhig, aber der Wind beginnt aufzufrischen. Ein neues Tief kommt heran und über das wollen wir kurz sprechen. Grüße Sie und Grüße Euch. Lasst uns den Schnee und den Sturm in der Nacht und am Sonntag anschauen. Da wird es einiges geben, im Flachland wird es jedoch oft Regen sein. Starten wir mal in der Nacht um 1 Uhr. Da sehen wir hier die pinkstrafierten Flächen, wo es schneit. Das sind vor allen Dingen die westlichen Mittelgebirge und dann speziell zum Beispiel vom Hochsauerland bis in den Westerwald und rüber in die Rhön. In Teilen des Schwarzwaldes anfangs noch und auf der Alb und auch in Teilen der Schweiz. Das wird aber vorübergehend in Regen übergehen und dort, wo wir den Regen haben, ist es sehr unangenehm in Sachen Aquaplaning-Gefahr, falls jemand unterwegs ist. Die Situation um 4 Uhr in der Nacht. Das Tief kommt weiter voran, vom Hochsauerland über das hessische Bergland, die Rhön bis zum Frankenwald und in den Osten Bayerns und in die Alp wieder runter. Da, also in die Fränkische Alp, da schneit es ziemlich stark. Und auch im Südwesten gibt es in höheren Lagen wieder starke Schneefälle. In der Schweiz sind sogar Gewitter dabei. Um 7 Uhr in der Früh kommt die Kaltluft an. In die Höhenkaltluft, so haben wir vom Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb wieder stärkere Schneefälle. Auch im Bereich der Mittelgebirge, Hochsauerland und dann vom Taunus über die Rhön bis rüber ins Erzgebirge fällt Schnee. Auch die Schweiz bekommt wieder einiges an Schnee ab, inklusive Gewitter. Die Situation um 10 Uhr ist ziemlich spannend. Da haben wir vom Harz runter über den Thüringer Wald bis in weite Teile Frankens hier starke Schneefallsignale. Ich habe mir das mal im Hintergrund angeschaut. Da werden bis zu 10 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter berechnet und das innerhalb von 6 Stunden. Da wird es einiges runterhauen. Die 700 Meter Höhe Temperaturfläche liegt bei minus 1 Grad. Das heißt unterhalb von rund 400 Meter Höhe wird das eher nasser Schnee sein, der nicht liegen bleibt. Aber oben drüber herrscht das reinste Whiteout mit starken Schneefällen, Sturm, Schneeverwehungen und allem drum und dran. Die Mittelgebirge werden da richtig gebeutelt. Ein paar Stunden später um 13 Uhr zieht sich das Ding weiter nach Osten zurück und schwächt sich dabei ab. Auch hier davon betroffen sind wieder die Mittelgebirge. Dieses Mal die Regionen rund um Thüringen und den Westen Sachsens, der Bayerische Wald beispielsweise und im Südwesten. Da ziehen die Schneeschauer aus der Schweiz bis in den Süden Baden-Württembergs und in den Südwesten Bayerns. Dann ist größtenteils Schluss. Das Schneefallgebiet löst sich mehr oder weniger auf und zieht nach Sachsen rüber und das war es dann größtenteils. Dahinter kommt nicht mehr viel nach. In der Nacht auf Montag und am Montag flunselt es noch ein bisschen. Gehen wir mal auf die Schneehöhen ein, die wir dann am Sonntagabend um 19 Uhr haben werden. In den Vogesen, im Schwarzwald, rund um die Eifel, im Hochsauerland und dann rund um die Rhön beispielsweise. Und in weiten Teilen Oberfrankens, der Oberpfalz, Niederbayerns, im Südwesten Sachsens, da haben wir die höchsten Schneehöhen mit zum Teil über 10 Zentimeter Schnee. Im Thüringer Wald werden bis zu 22 Zentimeter berechnet. Das sind ja nur Werte, die das Modell lokal berechnet. In diesen Gebieten wird es das reinste Schneechaos geben. Noch einmal davon betroffen werden dann auch die Autobahnen sein. Im Flachland unten, da wird nicht allzu viel passieren in Sachen Schnee, höchstens mal Matsch, hauptsächlich aber Regen, böiger Seitenwind und schlechte Sicht durch Gischt. Und den Wind schauen wir uns gleich mal an. Zuvor noch ganz kurz der Blick auf die Niederschlagsummen, die bis morgen Abend runterkommen sollen. Der Westen bekommt noch mal 5 bis 25 Liter auf den Quadratmeter. Der Nordosten wird so gut wie gar nichts mehr bekommen. Das Tief macht vorher die Grätsche. Kommen wir zum Wind. Gehen wieder zurück in die Nacht um 1 Uhr die Situation in Ostfrankreich, zunehmend auch in Belgien, rund um Rheinland-Pfalz, das Saarland, Baden-Württemberg bis rauf zur Nordsee ist es am windigsten. Um 4 Uhr in der Nacht rappelt es vor allen Dingen im Osten Frankreichs, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und in Franken bis zum Thüringer Wald. Im weiteren Verlauf der Frühstunden sind dann besonders Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und der Westen Bayerns dran, mit zum Teil schweren Sturmböen bloß keine Fenster offen lassen. Tagsüber zieht sich dieses Windfeld langsam über Bayern nach Osten und liegt dann um 13 Uhr von Thüringen bis in den Osten Bayerns. Danach wird der Wind stark abflauen und es ist Schicht im Schacht. Gehen wir jetzt zu was anderem ganz kurz auf die Ensembles ein und zwar hier für den Norden Deutschlands, ihr kennt größtenteils die Linien. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe, die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Jetzt am Anfang gibt es noch Niederschläge, dann kommt der Wärmeberg in der Höhe, unten, wo die Niederschlagsignale sind, bleibt es trocken. Das heißt, wir bekommen es mit einem Hoch zu tun. Interessant wird es, wenn wir von diesem Wärmeberg wieder runterkommen, das geschieht so um den 17. Januar. Da seht ihr die Linien weit abstürzen, das kann ganz schön herbes Winterwetter bringen. Da sind rund die Hälfte der Läufe dabei, die das, was morgen zum Beispiel in der Mitte passiert, mit diesem starken Whiteout in den Mittelgebirgen, im Flachland berechnen. So weit der Norden, gehen wir kurz in den Süden. Da sieht das Ganze ähnlich aus, da sehen wir aber trotzdem einen dickeren Lauf und zwar der grüne hier. Das ist der sogenannte Hauptlauf. Und da werden viele sicherlich enttäuscht sein, jetzt vom sogenannten Zwölfer, dass der ganz weit oben ist. Das ist ein recht milder Lauf, aber es geht ja nicht nur um den Lauf, sondern um die gesamten Ensembles. Weil der sogenannte Sechserlauf von Samstagmittag, den sehen wir hier, da war der ganz weit unten und das war ein Lauf für Winterfreunde. Ist das denn wirklich so? Jetzt schauen wir uns mal die Mittellinie an. Die liegt im sogenannten Sechserlauf ungefähr hier und im Zwölferlauf liegt sie hier. Das heißt, die neuen Ensembles, die neuen Berechnungen sind um einiges kälter, um einiges heftiger, was den Absturz angeht, die uns Schnee bringen könnte. Der Hauptlauf, der sehr plakativ nach außen gezeigt wird, eben mit den Abweichungen jetzt nach oben, dass der so mild ist, das ist ein Schein. Hinter dem Lauf, also was das Modell an sich berechnet, sieht es letztendlich besser aus als im sogenannten Sechserlauf. Es wird sich einiges tun, aber die Details besprechen wir dann morgen. Kommt gut durch die unruhige Nacht.